Im August 2021 haben wir eine Million Follower auf Social Media erreicht, auf vier Kanälen zusammen. Ist das gut? Ich sage dir, es könnten drei- oder viermal so viele sein, wenn ich etwas anders machen würde. Und das verrate ich dir jetzt, was das ist. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich bin Money Coach. Ich spreche über Geld. Das stößt extrem viele Menschen ab. Warum? Weil für viele Menschen Geld negativ besetzt ist. Die arbeiten zwar den ganzen Tag für Geld, sagen aber, Geld ist nicht wichtig. Viele Menschen glauben, dass Geld auch den Charakter verdirbt. Oder dass unfassbar viel Ungerechtigkeit durch Geld auf der Welt verursacht wird. Und wenn ich dann sage, ich bin Money Coach und ich immer wieder auch Videos über Geld mache, Geldseminare anbiete, Bücher über Geld geschrieben habe, sogar einen Sieben-Jahres-Kurs habe, der Menschen zeigt, wie sie finanziell frei werden. Wenn das alles nicht wäre, wenn ich nicht über Geld sprechen würde, dann hätte ich drei- bis viermal so viele Follower. Denn Geld stößt Menschen ab. Viele, die sagen, Bodo, ich möchte so gerne von dir lernen. Ich finde es toll, was du machst als Lebenslehrer. Aber die Scheiße mit deinem Geld, das widerspricht meinen Idealen. Und dann folgen mir diese Menschen nicht. Okay, warum sage ich dir das? Weil ich für mich weiß, dass es ganz wichtig ist, ist, dass wir bedingungslos zu dem stehen, was wir lieben. Und ich liebe, was ich tue. Und ich stehe absolut bedingungslos dazu. Das heißt, ich verschleiere nicht, was ich über Geld denke. Ich rede über Geld. Ich verstecke nicht, dass ich dir zeigen möchte, wie du finanziell frei wirst. Ich polarisiere bewusst, indem ich solche Dinge sage wie, ohne Geld hast du kein würdevolles Leben. Ohne Geld hast du keine wahre Freiheit. Wenn du deine Familie liebst, dann wirst du auch wohlhabend werden wollen, damit du deiner Familie ein schönes, sicheres, gutes Leben, würdiges Leben ermöglichst. Deinen alten Eltern, deinen Kindern und so weiter. Ich weiß, dass ich da mit Menschen abstoße und dass ich viel mehr Follower hätte, wenn ich so nicht reden würde. Aber, meine lieben Freunde, wir müssen uns selber treu bleiben. Wir müssen so sein, wie wir sind. Wir müssen unsere Leidenschaft leben und den Mut haben, zu zeigen, was wir für richtig empfinden. Übrigens ist das langfristig auch der einzige Weg zu wirklich vielen Followern. Zu einem wirklich guten, großen Werk. Wenn du dich kurzfristig versteckst, weil du auf die Likes schiedelst, auf die Views, auf die Follower, dann hast du nicht verstanden, worum es im Leben wirklich geht. Tu nämlich das, wovon du in deinem Herzen spürst, dass es richtig ist. Und der Rest kommt automatisch. Kommt etwas später, aber er kommt automatisch und umso größer. Versuche, dich zu verbiegen, um Erfolg zu haben. Und du machst dich auf Dauer in meinen Augen nur lächerlich. Weißt du, nachdem ich finanziell frei war, mit Anfang 30, habe ich mich auf die Suche nach meinem Lebenssinn gemacht. Und das habe ich fünf Jahre lang getan. Fünf Jahre lang meinen Lebenssinn gesucht. Ich habe mit unterschiedlichen, weisen Menschen gesprochen. Ich habe mit Freunden mich in Hotels eingeschlossen. Ich habe gebrainstormt mit denen. Ich bin um die Welt gereist. Ich habe meditieren gelernt. Alles Mögliche. Und nach fünf Jahren wusste ich, was ich tun wollte. Anderen Menschen helfen, ein freies und glückliches, erfülltes Leben zu führen. Ein Leben in finanzieller Freiheit. Es ist für mich unmöglich, das jetzt zu verstecken. Ich sage dir, finde heraus, was die Leidenschaft deines Lebens ist und trage es in die Welt hinaus. Mache diese Welt zu einem besseren Ort und lass dein Licht leuchten. Lass dein Leben erstrahlen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst. Bis zum nächsten Mal.